Hallo, ich bin Sophia und ich züchte Kernterrier unter dem Namen Abigails. Das hier soll das erste von hoffentlich ganz vielen Videos werden, in dem ich euch einfach mal einen kleinen Einblick darüber verschaffen möchte, was es bedeutet, sein Leben mit fünf Hunden zu teilen. Das kann manchmal ganz schön anstrengend sein, aber auch meistens eigentlich ganz schön lustig und ist gut fürs Herz. Und jetzt zeige ich euch einfach mal meinen Rudel. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.